Hier, und nein, es war sogar Timoschuk, es war Timoschuk. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Hachinger gewesen. Nein, Anatoly Timoschuk mit den Robben und der dann zu Claudio Pizarro. Auch wenn es nur ein Täschspitz, auch wenn es nur gegen einen Drittligisten geht. Gerade den beiden wird das gut. Pizarro hatte einen großen Auftritt in der Saison bisher. Hier, ein Dreierpack in der Champions League. Hier, und nein, es war sogar Timoschuk, es war Timoschuk. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Hachinger gewesen. Nein, Anatoly Timoschuk mit den Robben und der dann zu Claudio Pizarro. Auch wenn es nur ein Täschspitz, auch wenn es nur gegen einen Drittligisten geht. Gerade den beiden wird das gut. Pizarro hatte einen großen Auftritt in der Saison bisher. Ein Dreierpack in der Champions League. Und Domes hat bekanntermaßen das Näschenrohr zu stehen hat. Bitte, Lachaukau. Und Domes hat bekanntermaßen das Näschenrohr zu stehen hat. Bitte, Lachaukau. Hier, und nein, es war sogar Timoschuk, es war Timoschuk. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Hachinger gewesen. Nein, Anatoly Timoschuk mit den Robben und der dann zu Claudio Pizarro. Auch wenn es nur ein Täschspitz, auch wenn es nur gegen einen Drittligisten geht. Gerade den beiden wird das gut. Pizarro hatte einen großen Auftritt in der Saison bisher. Ein Dreierpack in der Champions League. Hier, und nein, es war sogar Timoschuk. Es war Timoschuk. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Hachinger gewesen. Nein, Anatoly Timoschuk mit den Robben und der dann zu Claudio Pizarro. Auch wenn es nur ein Täschspitz, auch wenn es nur gegen einen Drittligisten geht. Gerade den beiden wird das gut. Pizarro hatte einen großen Auftritt in der Saison bisher. Ein Dreierpack in der Champions League.